Ein Kinderspiel, neue Quests. Äh, hab da... So, Cinemol. Ich habe das Radio geholt, aber ich höre nichts. Entweder dieser Mann hat Vater weg, als ich dachte, oder die Monsoons mit der Transmission. Das dauert ein Zeitpunkt, aber keine Angst. Ich habe etwas für dich zu tun. Wir sind sehr hoch auf Essen und Wasser. Ich denke, du kannst etwas finden. Ein Kinderspiel. Durchsuche die Poolbars der Hotels nach Essenskonserven. Bringe drei Essenskonserven zu Cinemol. Das habe ich schon dabei. Ich glaube, wir haben genug Essenskonserven. Ja. Mit der Kraft aus, ist es sehr gefährlich in da. Check die Bars bei den Schwimmungspielen. Bring alles, was du findest. Alles überhaupt. Okay? Im Gegenteil, ich versuche, diesen Mann zu erreichen. Da hat er uns einen Baseballschläger gegeben. Ähm, den kann ich mit meinem Wesenstiel austauschen. Ich fliege einfach aus deinem Kopf raus. Wieso nimmt der das nicht? Weil du dich vielleicht an Inventar verlassen oder so. Ne, ne. Ach, scheiße, ich habe die nächste Cress angenommen. Mhm. Okay! Ich kann den Zettel nicht lesen! Les jetzt! Du suche die beiden Tankstellen und bringe zwei Getränkepacks zurück. Ach, die Mission. Ich kann mir einen Schlitzer machen. Wie das ich mitdrehe. Ich habe hier einfach ein bisschen Waffe verschoben dabei. Ähm, okay. Gut, warte mal erstmal nach unten. Vielleicht kann ich mir eine Modifikation nicht mal auf eine Waffe hauen. Mal gucken. Ja, ja, einen Schlitzer kannst du machen jetzt. Aber das ist Verschwendung, finde ich, jetzt auf die ersten Waffen so. Ich gucke gerade erstmal, welche Waffe sich überhaupt lohnt. Ich muss... Schlechte Waffen muss ich jetzt erstmal verkaufen, geht gar nicht gleich. Ich habe so viele Schrottwaffen noch dabei. So, warte, die werde ich ja ausrüsten. Aber ich muss nur gucken, mit welcher ich die austauschen werde. Mit der kann ich die zum Beispiel austauschen. Warte mal, wo war die hier oben? So, austauschen. Die kann weg. Was ist erstmal reparieren jetzt? Die kann ich mit der austauschen. Ja, und die sind eigentlich noch ganz gut, so wie sie sind. Hier ist die Flagge oben, kann man wieder mit dem reden? Äh, nee, das ist eine dauerhaft wiederholbare Waffe. Der mit dem Molotovs. Genau. So. Ich hörte das Skirch, der von Outer Space. Äh, Form Trovolver. Ich kann dir Alkohol geben, wenn du willst. Mir? Ja, super. Kannst du schon mal ab? Hey! Ein schwarzer, uuuuuh! Äh! Wir sind besser. Hey, Levelaufstieg. Obwohl ich gerade nur einkaufen war. Finde ich gut. So, Moment. Ich droppe mal den Alkohol vor mir. So, alles gedroppt. So, jetzt kann ich noch sechsmal einkaufen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Und jetzt müsste ich 30 Medikits haben. Das müsste das maximal sein. Häuschen Alkohol? Hier ist der. An der Toilette. Dann wird das noch runtergekommen, na weißt du? So. Ähm, du hast den Wagen. Wir müssen die Packs holen, ne? Warte, ich werde es erstmal reparieren, die ich offensichtlich noch habe. Also ja, nämlich die, die ich verwende. Oh, die könnte ich jetzt auch upgraden, wenn ich lustig bin. Oder zumindest die Beste von denen. Ähm, dann muss ich schon mal gucken, welche gefällt mir denn. Äh, bebebebebe... Oh, da habe ich dran hängen. Das ist ein scheiß Hakenmesser, was ich noch mitgenommen habe. Ich glaube, es ist nämlich das Stockmesser kann ich verbessern. So. Welches Level seid ihr jetzt? Oh, und was habe ich? Nein, keine Kohle mehr dafür. Ich bin jetzt Level 13. Ja, warte. Schlitzer will ich das da ran machen? Aber ich muss was anderes machen. Ich muss ein Kreis Segelblatt. Nein, das will ich nicht. Ähm, Fackel. Das ist eigentlich ein ganz cooler Mod, glaube ich. Modifieren. Nehmen wir auf den... Feuerbasen. So. Yeah, sieht doch schon mal ganz sweet aus. Aber du bist jetzt überhaupt schon Elektromod gekriegt? Ne, noch nicht. So, alles klar, kann sowas machen. Jetzt kann ich meine Knarre rausholen, dann sieht's böse aus. Ja, ich ziele auf alles, was uns beschädigt hier. Ja, meine Knarre geht durch den, äh... Ja... Siehst du das? Durch den Fahrer sitzen. Leute, hey! Hey, ich hab sie eh gebraucht. Ich hab sie eh gebraucht. Ich sehe alles. Mit meinen Adleraugen. Ich kann hier ganz schön ranzoomen, dann beobachte ich die Gegner. Ja, abkürzung. Uuuuuh. Zur Tankstelle, ne? Ja. Weiter gradaus. Alles rechts. Uuuuuh. Ohh, rechts. Ah. Stimmt ja. Dammit. nicht ganz jolo geparkt ja sieht gut aus überschlag ich glaube jetzt hat sich schon beides gebrochen das ist das strange gebrochen jeder nimmt mal ein kit die trägst du vereins benötigt haben schon geöffnet alkohol ok stufe 19 ich nehme die schaufel mit für eine mission brauchen wir die später universal access hier die ist glaube ich gut zum werfen oder es war so ein panik ich nehme jetzt ich hatte noch ein schlecht war für die ich wechseln wollte muss die universale ich habe jetzt genommen ich muss die aus wechseln hat jemand die juice mit ne du hast du fallen gelassen nämlich das saftpaket du saftpaket softpaket wollte ich sagen so laufen laufen was ist nach geld oder jetzt beide pakete können wir daraus wieder weg aus der position eigentlich ja klar so platziert alles ganz weiter oder wir können den moment ach wir müssen noch zur anderen tankstelle genau ja einfach die straße entlang zu einer tankstelle fahren wie bin ich jetzt hier reingekommen weiß ich doch nicht ich muss mal gucken was ich jetzt als nächstes kill während der fahrt mache ich das einfach mal da habe ich ja genug zeit ausdauer das wäre eigentlich ganz nett ich glaube ich bin falsch gefahren weiß ich nicht mir wird es nicht mehr angezeigt ich habe keine markierung mehr wo ich dann fahren muss bei mir steht geradeaus du bist richtig ja haben wir weiter suchen und plünder vielleicht genau weiter von ah ich muss mir jetzt selbst im markierung auf der karte setzen kann ausg提mekt heraus ausgült ausg Dongrauung ausgabe das ist alles ausgabe ist einfach nur nach der straße folgen aber eigentlich noch eine television Ja, war auch. Ja, ja. Ja, bring uns drunter. Gut, alles klar. Pass auf den Saft auf! Wir fahren zu der Lifeguard-Tower, wenn etwas in front des Autos fußte. John hat Kontrolle verloren und wir kratzten. Er ist noch da! Er steht hier schon! Idiot! Beobachtet ihn einfach mal weiter. Loris Ehemann aus dem Autofakt. Oh, danke! Ich bin über hier! Ja, warte, wir gucken jetzt mal, was jetzt passiert. Ich werde sie jetzt verfolgen, die Frau. Der bleibt hier stehen. Ja, der steht da auch noch bei mir. Unfall! Riech die Tür auf! Shit! Ist hier offen! Oh mein Gott! Was war das? Oh mein Gott! Stimmt, wir kommen dann... ... wieder... ... kurzen, wenn ich dann... Weißt du... Wurde jetzt momentan nicht mehr nachgefragt, ne? Ansonsten würde ich es noch mal... Doch! Ja! Gerne! Gut. Jo! Werde ich dann auch... ...weil das nächste Mal wieder aufnehmen, wenn es so ist. Ihr Zuschauer, reingucken! Ja... Äh... Und nochmal, die bricht die Tür auf! Seid bitte vorsichtig! Seid bitte vorsichtig! Ich rede hier! So, Tür ist jetzt komplett auf! Weil ich bitte... Ja, wir sind doch hier und warten! Steig aus! Dieser Linwood flecht den Lassen! Soviel aktive Box sind mir aber auch noch nicht aufgefallen! Und er rett einfach weiter jetzt! Ganz schön! Wir haben ihn gerettet! Wir haben ihn gerettet, er hätte nicht einfach weggehen müssen, nein! Er steht ja schon draußen. Wir müssen doch mal die Tür von seinem Wagen öffnen. Das war ihm wichtig, vielleicht hat er was wichtiges drin vergessen oder so. Mhm. So, ich kann jetzt mal weiter meine Skills durchlesen. Au. Erstmal nehme ich mein letztes Gefecht hoch. Nach links. Hallo. Juhu. Mhm. Ach, hier sind wir, okay. Ja, hier könnten wir auch noch mal warten. Eigentlich schon, ne? Mhm. Das war nicht jeder verpackte Schläger? Ja, glaub schon. Ich meine ja. So, alles klar. Und ich glaub mit einer kaputten Waffe konnte man den sogar fahren. Alter Messingschlag! Entschuldigung, gerade aufgesammelt. 24. Ja. Ja, kann ich nicht nehmen. Ja, der ist so lange. Guck mal, wer hat Zaun am Bluten ist, seht ihr das? Ja, ich kann den nehmen. Ja, warte. Ja, warte. Ich bin das vergessen. Ja, bist du Stufe 24? Kannst ihn einsammeln? Ja, ich glaub den mal. So. Ja, da liegt da. Nirgendwo. Hier. Ah, da. Moment. Cool. Hey! 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 Ich habe ein paar Fahrzeuge, aber äh... Ja, chill. Haha. Show don't smell too pretty. Ja. 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 Entschuldigung? Was nimmst du jetzt, Niklaus? Spitztoter... Nimm schon aus beidem. ich brauche beides ja dann muss man nicht alles ich bin mit der fäusten leider und da ist er schlüssel so die öffnen ist er johnson hat er noch eine neue mission von uns so so baseballschläger schlüssel 20 für mich ja für dich ist der runtergelevelt das ist eine questbelohnung hier von dem ja ja ich weiß ja meins ebenfalls der ersten ist da glaube ich mache ich den schlitzer drauf halte aber jetzt habe ich noch 24 ich bin auf meinem weg zum aeroport und das ist so weit wie ich bin also für heute wird der schlapp zu tun habe ich habe füge, ich habe Wasser, aber die einzige Elektrizität kommt von einem gas-pauern-generator ich brauche mehr Gas und sonst werde ich mein Arsch in der Nacht und dann wird die Situation endet, aber bis dahin, denkst du, du könntest mir helfen? ich suche zwei benzin kanister an der tankstelle und bringe sie zu haaren und eine ermüdende spalt axt so jetzt habe ich nur noch waffen das krass aber da ist man fakt stimmt alles klar gut weiterfahren niklas was denn ich wollte von ich brauche weil ich habe es jetzt der fahrer egal ich habe meine skills die ich haben will habe ich mir jetzt angeguckt und jetzt kann ich wieder fahren dafür ich komme theoretisch das war die füße auf dem gaspedal die frau sie sitzt aber bei fahrers die hände auf deinen füßen da wo ich sie sehen kann naja dann schaust du in eine richtung nach vorne tja ich weiß jetzt ein zentrum geht doch und jetzt erstmal schön springen oh yeah mega weit war der sprung ja da braucht schon ein shirt nicht getroffen ja ich weiß das ist mir ganz knapp war das damit jetzt aber ich damit gott damit